Oh mein Gott, Leute, es gibt einfach ein neues Update ins Stumblegeist, und zwar das Weihnachts-Update. Und das bedeutet, herzlich willkommen zu einem neuen Stumblegeist-Video. Und hier sehen wir auch schon das neue Weihnachts-Update. Wow, richtig, richtig fresh. Aber, Freunde, die wichtigste Frage ist, gibt es ein Weihnachtsglücksrad? Freunde, das checken wir jetzt ab. So, also gewöhnlich kennen wir es, selten kennen wir auch schon. Aber, Freunde, das hier ist neu, das nasse Rad. Aha. Also, ich denke mal, hier sind ganz viele Meeresbewohner. Freunde, das hört sich auch ziemlich cool an. Dann haben wir noch hier das Tierrad. Ey, Freunde, das sieht ja auch mega cool aus. Ey, daran muss ich auch unbedingt drehen. Oh, dieses leckere Glücksrad ist auch am Start. Sehr interessant, Freunde. Hä? Und hier gibt es ein Sushi-Drachen. Ey, wisst ihr aber, was mir fehlt? Ja, so ein Weihnachtsglücksrad. Okay, hier sind so ein paar Weihnachtssachen, Freunde. Aber wo ist das Weihnachtsglücksrad? Wir können jetzt zwar so einen Weihnachts-Stumblegeist-Pass aktivieren. Ey, Freunde, das machen wir einfach mal. Was? 1.200 kostet das? Äh, und dafür, dass ich wahrscheinlich nicht mal Weihnachtsskins bekomme? Nee, Freunde, tschüss. Also, ich habe ein bisschen mehr erwartet, außer diese drei Glücksräder. Freunde, die haben auch nicht mal was mit Weihnachten zu tun. Also, wirklich, ich habe hier nochmal alles nachgeschaut. Und das Einzige ist das hier, Freunde. Aber dafür müssen wir halt diese Zuckerstangen gewinnen. Ey, Freunde, ich wollte jetzt sofort dein Glücksrad öffnen. Hier sind zwar noch ein paar Extra-Skins und auch diese hier, ey, Freunde. Aber Stumblegeist, du hast mich echt ein bisschen enttäuscht. Wo ist das Weihnachtsglücksrad? Aber naja, Freunde, wir haben ja immer hier ein kostenloses. Und das werden wir jetzt direkt öffnen. Und vielleicht liegt das Glück bei mir. Und ich bekomme... Ja, das habe ich noch nicht, Freunde. Hey, das ist ja aber richtig süß. Es ist zwar Weihnachten und kein Ostern. Aber, Freunde, guck doch mal, wie süß, ey. Ja, Freunde, eigentlich wollte ich diesen Skin benutzen. Aber was sehen meine Augen denn hier, Freunde? Ich habe ein Weihnachts-Self. Naja, und weil es halt sehr zu Weihnachten passt, Freunde, nehmen wir das. Und am Ende dieses Videos werde ich auf jeden Fall ein paar Glücksräder drehen. Ja, Freunde, von diesen drei Special-Glücksrädern. Also, wisst ihr, was zu tun ist? Schaut das Video bis zum Ende, um nichts zu verpassen. Okay, Freunde, das ist das erste Spiel. Und ich hoffe, mit meinen beiden Skin... Ah, hol ich den Sieg nach... Terra, ja, das sieht schon mal sehr gut aus, Freunde. Aber ich bin natürlich nicht alleine, wenn mein kleiner Lamsi-Pups ist am Start. Sag mal, hallo. Hey, ich sage gleich tschüss, weil ich bin gerade hier schon fast im Ziel. Ja, Freunde, und wir sind heute auf jeden Fall mal wieder richtig gut am Start. Also, vielleicht haben wir trotzdem noch eine Chance, ins Ziel zu kommen. So, Leute, schaut mir genau zu. Zack, und ja, easy, Freunde, let's go. Ja, war doch klar, dass ich das schaffe, Freunde. Wer hätte es nicht erwartet? So, mal schauen, was kommt als nächstes. Oh, Freunde, das habe ich noch nie gespielt, aber du Lamsi, oder? Ja, ja, das habe ich schon ganz oft gespielt. Ich habe ja auch schon ganz oft verloren, oh Mann, ey. Hey, Freunde, das ist auch super schwer. Ihr müsst wissen, ich habe in letzter Zeit ganz viel Fallgeist gespielt, aber Stumblegeist ist echt ein bisschen schwieriger. So, oh mein Gott, ich muss hier echt aufpassen. Hä, hier ist noch eine andere Banane. Hey, Banani. Sag mal, Lamy, wo bist denn du eigentlich? Bist du irgendwo hinten oder irgendwo vorne? Oh mein Gott, ich bin in der Mütze. Keine Ahnung, was ich hier mache, Mann. Und wow, ja, Freunde, wir haben es getan. Also, ab geht es in die nächste Runde. Oh, das ist das nächste Spiel. Oh, oh. Das ist nicht nur das nächste Spiel, das hier ist das letzte Spiel. Ey, Leute, eigentlich ist dieses Spiel gar nicht mal so schwer, aber am Ende wirklich wird es sehr, sehr krass. Und manche sind hier auch ein bisschen gemein und schubsen und ziehen. Deswegen müssen wir uns wirklich sehr heftig konzentrieren hier. Hä, warte mal, ich sehe erst jetzt einen Skin. Hä, hast du einen Elf-Skin? Ja, apropos. Leute, ich habe hier noch keine Weihnachts-Map gesehen. Also, Stummelgeist, du hast mich ein wenig enttäuscht. Hey, ich will auch so ein Weihnachtsgen haben, Mann. Nein, 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 Leute. Nein, bitte Hilfe. Nein. Oh, ist die kleine Emily runtergefallen? Ja, aber Lamy, ich beobachte dich und mein Auge lege ich sehr, sehr hart auf dich. Hä, Emily, mach kein Auge, Mann. Ja, doch extra, Leute, ich habe mein Auge so offen. Also, mal schauen, ich hoffe, dass Lamy heute den Sieg jetzt auch nach Madeira. Hä, dein Auge hat keine Wirkung gegen mich. Ich trage eine Sonnenbrille, Mann. Oha, sorry, ich wusste ja gar nicht, dass du so cool bist. Hä, aber du bist auch mal gar nicht so schlecht, Lams. Gar nicht so schlecht? Ich bin der Beste, Mann. Was redest du? Also, Freunde, es sind noch... Hä? Was warst du? Und? Oh mein Gott. Ja! Das glaube ich nicht, Leute. Das glaube ich nicht. Zoe, natürlich gewinne ich. Ja, Freunde, für die nächste Runde würde ich sagen, hacken wir uns mal ein bisschen ins Spiel rein. Denn, Freunde, ich kann hier einfach auswählen, welche Spiele als nächstes kommen. Hä, wie cool ist das bitte? Und ich sehe gerade, ich habe einfach so viele Spiele nicht gespielt. Leute, jetzt wird es richtig cool. Oh, Freunde, jetzt kommen die Spiele, die ich ausgesucht habe. Und wir starten hiermit. Das ist einfach von Barbie, Leute. Hä? Hä? Ich kenne das Spiel gar nicht. Warte mal, wir müssen irgendwas sammeln. Hä? Warte mal, wir sollen das bitte sammeln. Hä? Ich checke das gar nicht. Was müssen wir hier machen? Ey! Oh mein Gott, ich checke hier gar nichts. Lams, äh, verstehst du irgendwas? Also, warte mal, der Fight zeigt mir hier irgendwas an, Freunde. Geh da einfach mal hinterher. Also, ich habe absolut keine Ahnung, was ich mache. Soll, ja, ich folge auch einfach mal nur den Pfeil. Ah, wir müssen irgendwas abholen und dann liefern. Ah, Leute, ich habe es jetzt auch. Ja, let's go. Und, yeah. Hä? Ich glaube, ich habe es geschafft, oder? So, Leute, so. Und, yeah, let's go. Ich habe es auch geschafft, Freunde. Oh, oh, oh. Und die Zeit ist auch nicht vorbei, Leute. Ach so. Wir müssen jetzt also die Gitarre einsammeln. Und ich glaube, ich bin hier voll falsch gelaufen. Ich habe die Gitarre. Let's go. Oh, 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 oh mein Gott, was mache ich? Oh, Leute, das sieht schlecht für mich aus. Ich habe doch gar nichts. So. Oh, Gott. Hier ist die Gitarre. Und, ja, okay, da sind ja noch easy genug. Oh, mein Gott. Ich dachte, das war es mit mir, Freunde. Aber hier sind noch genug Leute. Die wollen die Gitarre, Freunde. Und jetzt spielen wir ein Punk. Hä? Und haben die Socks, doch. Ich habe es geschafft. Easy. Oh, wir haben schon gewonnen. Hä? Also, ich habe das Spiel nicht so gecheckt. Aber irgendwie war das auch easy. Ja, ich fand es richtig Barbecue. Und als nächstes haben wir hier einfach mal eine Wasserbahn. Hä? Wie cool ist das denn? Warte mal. Ist es auch ein neues Spiel? Ich weiß es gerade gar nicht, um ehrlich zu sein. So, sorry, Lamsi. Ich muss mich ein bisschen... Ah! Konzentrieren. Okay, Leute. Hä? Das sieht ja mal richtig cool aus. Oh, mein Gott. Das war so nubig von mir. Emily, ich bin hinter dir. Ich überhole dich jetzt. Nein, Lamsi. Aber ein bisschen... Nein! Nein, schon wieder? Ich glaube es nicht. Leute, hier sind doch einfach nur arg Blödsinn frei. Das heißt, los, aber ich erzähle. Er wirkt dein kleines Popo jetzt mal. Ja, Emily. Wir sehen uns dann im Ziel. So, Freunde. Hä, gerade bin ich ein richtiger Wasserrutschen-Profi. So, zack, zack. Oh, da hinten ist auch schon das Ziel. Komm schon. Hä? Nein, nein. Hä, Mann, ich falle nur die ganze Zeit in die Lava. Mann, was soll das? Also, ich bin noch nie in die Lava gefallen. So, Leute. Hä, das ist doch nicht das Ziel. Hä, wo ist das Ziel? Hä, ich hab keine Ahnung. Die Map ist so groß, Mann. Gehen, Leute, einmal noch hier durch diese Pyramide. So, ey, Leute. Oh, 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 da ist ja schon jemand im Ziel. Und warte mal, Emily, du musst einfach neben mir. Ey, hallo. So, mal schauen, wie gut wir es sind. Nein. Ey, Leute. Ja, ciao, Emily, ich hab gewonnen. So, nein. Komm, nein, ja. Wir haben gewonnen, Emily. Ja, Leute, seht euch das an. Wir stehen auch wieder ein. Und als letztes Spiel. Aha. Oh, mein Gott. Okay, Emily, ich sag dir jetzt schon, das ist, glaube ich, das allerschwerste Spiel in Stumblegeist. Ja, Leute, es geht hier echt um alles. Also, es geht ja jetzt um den Sieg. So. Hä, hier war doch gerade jemand um die Ecke. Und weg ist er. Oh, mein Gott, Leute. Ich bin so ein Profi. Oh, ey. Bei mir geht die volle Action ab. Ey, alle schießen nur auf mich, hab ich das Gefühl. Hä, aber ich sehe irgendwie gar keinen mehr. Hallo. Ist jetzt hier noch irgendwer am Start? Ah, Leute, da sehen wir jemanden. Komm schon, die kriegen wir. Ah, nein. Bitte nicht. Ich bin zu. Lamy, ich räche dich. Komm schon. Oh, komm schon. Komm schon. Ja. Ja, ich hab dich gleich. Ja. Ja. Komm. Weiter, Emily. Weiter, schieß. Ah. Leute, wer ist das? Ja. Emily, das Finale. Du darfst jetzt nicht. Oh, mein Gott. Okay, okay. Der hat aber echt nur noch wenig Leben, Freunde. Pass auf, nimm das Schutzschild. Oh, mein Gott, Emily. Das ist so knapp. Du brauchst Leben. Geh nach links, da war Leben. Nee, Lamsi. Ich sehe das jetzt. Äh. Wow. Ich glaube, ich habe es nicht geschafft, oder? Natürlich nicht. Du hast jetzt gar kein Leben, Mann. Ja, upsie. Oh, Freunde, das letzte Spiel beginnt. Und wir starten direkt mit Monopoly Rush. Warte mal. Ja, Freunde, keine Weihnachtsmaps, aber dafür einfach mal Monopoly. Und ich habe schon gesehen, die Map ist riesig, Freunde. Also, ich freue mich unendlich da drauf. Äh, dieser blöde Zug, Mann. Oh, ey, ich kann die Map gar nicht. Emily, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ey, Leute, ich merke gerade, ich rede gar nicht mit euch, weil ich mich einfach so krass konzentriere. So, aber jetzt nehme ich euch mit, Freunde. Schaut mal, wie ich hier Monopoly gewinne. Äh, Emily, willst du den Zuschauern nicht sagen, dass du eigentlich voll schlecht bist in Monopoly? Äh, nee, Leute. Eigentlich bin ich sogar die Beste von uns. Äh, die Beste von hinten, Emily. Aber wie krass ist das bitte, Leute? Oh, mein Gott. Was vom Zug erfasst. Oh, Freunde. Oh, nein, die Polizei. Äh, die Polizei fährt mich an. Hallo? Äh, Entschuldigung, geht's noch? Ja, Emily, ich habe keine Zeit für deine Polizeisachen da. Ich bin jetzt im Ziel. Zoe. Oh, Leute, wir haben 16 Plätze. So, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Aber da hinten sehe ich schon, dass die... Leute, let's go. Oh, und natürlich habe ich es easy, easy geschafft. Ey, Leute, natürlich haben wir es geschafft. Hättet ihr gedacht, dass wir es nicht schaffen? Hallo? Ah, ich würde sagen, darauf müsst ihr jetzt erstmal einen Daumen nach oben dalassen. Warte mal, hä? Was ist das für ein Spiel wieder? Nerv? Aber, nee, Moment mal. Diesmal eine andere Map, oder was? Ja, Leute, das habe ich mir hier wieder ausgesucht. Oh, Gott. Und diesmal kann ich beweisen, wie gut ich eigentlich bin. Bin ich mir hinter dir. Ey, Lanzi, wollen wir tief? Äh, nee, nix dann. Kein Team. Ja, okay, aber trotzdem verschone ich dich erstmal. Denn da hinten ist zum Glück noch eine Banane. Banane. Oh, Lanzi, hier sind gerade richtig viele. Also, pass bitte auf. Äh, gar kein Problem, Mann. Ich bin hier mitten am fighten, Mann. Hör mal, lass einfach hin. Oh, mein Gott, der ist hinter mir mit Magic. Ich helfe dir. Ja. Oh, mein Gott, Lanzi. Ich glaube, wir müssen doch, Team. Wir machen die jetzt alle zusammen fertig. Aua. Hilfe. Nee. Oh, mein Gott, Lanzi. Ich komme, ich komme. Wo bist du? Hä? Warte, lebe ich wieder? Ja, du lebst doch. Oh, ah. Hä, warum? Hinter dir. Oh, Freunde. Komm schon. Komm schon. Ey, hier sind so viele. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Ey, nein, nein, nein. Oh, mein Gott. Hä? Ich bin runtergefallen? Ey, also, ich verstehe das Spiel nicht so ganz. Irgendwie sterben wir. Ah. Ey, Leute. Wie ist diese Banane? Ey, du. Oh. Ey, ich bin so schlecht. Oh, oh. Was mache ich hier? Ey, Freunde. Guck zu uns. Ah. Nein. Das war's. Ey, Mili. Du musst wohl nach links gucken. Hier müssen wir Kills sammeln. Ey, Lanzi. Ich glaube, ich habe nicht mehr einen Kill, weil ich einfach so schlecht bin. Leute, ich habe einen Kill. Oh, mein Gott. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, Freunde. Hier sind ziemlich viele Leute. Hilfe, SOS. Aber bisher habe ich anscheinend zwei Kids. Ah. Nein. Ey, ich glaube, ich bin auf Platz 10 und ich glaube, das ist gar nicht mal so gut, Freunde. Also, muss ich diese Banane hier mal ein bisschen fertig machen? Ja, nimm das. Oh, Freunde. Oh, hier ist noch jemand. Ey, so hoch komme ich gar nicht. Komm mal ein bisschen runter zu mir. Hallo. Hä? Ich bin auf dem dritten Platz, Emily. Ich hole mir den ersten Platz. Ey, Leute. Leute, ich bin auf dem elften Platz und schaut einfach mal, wie schlecht ich bin. Also, das darf man wirklich niemandem zeigen. Das ist schon echt feinlich. Leute, der elfte Platz, aber der Kill gehört mir und der auch. Leute, ich bin auf dem neunten. Ich bin, oh. Oh, ich habe schon fünf Kids. Nein. Oh, Leute, ich bin auf Platz fünf. Hä? Wie ist das denn bitte passiert? Oh, ich bin auf Platz drei. Komm schon. Oh, Platz sechs, Freunde. Aber den hole ich mir. Hier, Platz drei. Hä? Wie bin ich jetzt Platz fünf, Mann? Oh, Leute. Wir haben nur noch 20 Sekunden Zeit. Ich habe einfach acht Kids. Aber bin zwölfmal gestorben. Ey, upsie. Also, ich muss sagen, Platz vier schmeckt auf jeden Fall, obwohl ich echt ein Noob bin. Also, Leute, wirklich. Wie kannst du Platz vier sein? Ich bin Platz fünf. Oh, mein Gott. Aber ich glaube, ich bin trotzdem noch drin, oder? Ja. Ja. Oh, das nächste Spiel. Da geht es ein bisschen um Essen, Freunde. Lecker, lecker. Hä? Warte mal. Das Spiel kenne ich auch noch gar nicht. Ja, ich kenne das auch nicht. Deswegen habe ich es mir auch einfach mal ausgesucht. Oh, oh Gott. Ey. Ist das dein Ernst? Die nimmt mich einfach trotzdem mit, Leute. Ja. Okay, jetzt kommen wir hier raus, Freunde. Ey, wie lecker das bitte aussieht. Wir dürfen hier, glaube ich, nicht die Pommes berühren. Ey, wie würzig seht bitte diese Pommes aus. Ey, mal diese Pommes. Ich esse die gleich alle auf. Oh, mein Gott. Oh, Freunde. Ich bin richtig gut. Die Pommes. Ah. Hey, Freunde. Ich glaube. Ey, nein. Ey, mir fällt gerade auf. Es geht hier um den ersten Platz. Und schaut mal mich an. Ich komme hier nicht mal am Mais vorbei. Ey, komm schon. Ich bin so weit hinten, Emily. Ja. Ja. Oh, mein Gott. Ich habe es doch noch geschafft. Leute, also den ersten Platz, den schaffen wir nicht mehr. Hä? Wie hat der jetzt schon gewonnen, Mann? Also, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Hat der nicht schon eben gewonnen? Ach, keine Ahnung, ey. Aber, Leute. Ich war auf jeden Fall. Ich war ein Megaprofi und habe fast den Sieg nach Wanderer geholt. So. Ich habe es euch gesagt, Freunde. Wir kommen hier zu den Glücksrädern. Also, für diese drei Süßen habe ich mir auf jeden Fall mal wieder mein Geld aufgeladen. Also, würde ich sagen, starten wir mit dem leckeren Glücksrad. Freunde, ich habe hohe Erwartungen. Ich will Sushi. Und ich will keine Banane. Oh, mein Gott. Die habe ich gerade schon gesehen. Leute. Nein. Was ist das denn? Für diese 400 grünen Dinger kriege ich das, was ich schon habe. Euer Ernst. Aber, Leute. Ich gebe dem Glücksrad noch eine Chance. Okay. Wir drehen dich noch einmal. Wenn du mich jetzt enttäuschst, ich lösche Stumbleguys. Und wie kommt? Kommt schon. Nein. Euer Ernst. Ja, Leute. Was soll ich denn mit dem Hai? Also, ey. Wirklich. Also, den verkaufe ich. Und hier. Nö. Gehen wir auch nicht mehr rein. Ja. Wir haben jetzt noch 200. Also, fangen wir mit dem Nassen an, Freunde. Wir machen jedes jetzt noch einmal. Kommt schon irgendwas cooles. Nasses. Stumbleguys. Hör, da war gerade Patrick. Nass, Freunde. Und ich bekomme, ey, Leute. Und das habe ich sogar schon. Ey, wirklich. So enttäuscht war ich noch nie. Also, verkaufen. Und ich will auch dich nicht noch einmal. Also, würde ich sagen, das letzte Glücksrad ist das Tierrad. Und, Freunde, wenn ich nichts Gutes bekomme. Ich weiß nicht. Stumbleguys. Du hast mich schon heute sehr enttäuscht. Also, bitte. Wenn du mich behalten willst, dann gib mir jetzt mal was Gutes zu. Eine süße Katze oder so. Komm schon. Bitte. Hey, was ist das bitte für ein Tier, Leute? Ja, Leute. Wer kennt es nicht? Also, das ist auf jeden Fall eine außergewöhnliche Spezies. Und die sieht man so oft gar nicht. Und wisst ihr, was ich sehe? Ich habe das schon. Das heißt, das kann ich auch mal verkaufen. Ja, danke schön, Stumbleguys. Und weil ich noch 75 dieser grünen Rubinen habe, drücken wir jetzt einfach auf das gewöhnliche, Freunde. Und mal schauen. Keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir ja etwas, was wir noch nicht hatten. Das wäre auf jeden Fall mal ein Erfolg. Und wir kriegen... Oh, aber ey, Leute. Den habe ich doch nicht. Also, Jackpot. Ey, Barbara. Du bist auf jeden Fall eine kleine Online-Daterin. Ich sehe das. Sei ehrlich. Oh, Leute. Einmal so cool wie Barbara sein. Yay. Aber ich habe wirklich viel von Stumbleguys erwartet. Und ja, habe irgendwie nichts bekommen. Stumbleguys ändert das, oder? Ich spiele nur noch Vollguys. Ciao. Aber, Freunde. Falls euch dieses coole Stumbleguys-Video gefallen hat, dann lasst doch unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim neuen Video wieder. Und ciao. Ciao.